Wenn bei Deutschlands schnellstem Markenpokal der Norisring auf dem Programm steht, dann ist das ein Garant für eine Menge Action. Auch für die erfahrenen Piloten des Porsche Carrera Cups ist der einzige Stadtkurs im Kalender immer wieder eine Herausforderung. Und das, obwohl die 2,3 Kilometer eigentlich nur aus fünf Kurven bestehen. Zur Vorbereitung gibt es erstmal einen guten Rat vom Team. Ja, Klaus, nicht ganz doll kaputt fahren. Ja, die Beulen müssen wir noch raus machen für morgen. Aber es scheinen nicht alle Teams vor dem Start mit ihren Fahrern gesprochen zu haben. Denn schon in der ersten Kurve gab es reichlich Missverständnisse. Michael Christensen schien das Bremsen einfach vergessen zu haben. Aber getreu dem alten Spruch, wer bremst, verliert, kommt er als Zweiter aus der ersten Runde zurück. Doch nur eine Runde nach dem Startcrash war die Kehre nach Start und Ziel wieder der Ort, wo reichlich Lack ausgetauscht wurde. Klaus Bachelard übertrieb es ein wenig und rempelte ausgerechnet seinen Teamkollegen Sean Edwards aus dem Weg. Genau der Klaus Bachelard, dem eben noch sein Team gesagt hat, Ja, Klaus, nicht ganz doll kaputt fahren, ja. hat seinen 911er so ramponiert, dass er endgültig die Box ansteuern musste. Aber auch die Beteiligten des Startunfalls haben sich inzwischen in die Boxengasse schleppen können und waren wenig erfreut über den frühen Ausfall. Das Feld um rund ein Drittel dezimiert, einige noch weite Wund, ging es dann weiter. René Rast fuhr dann auf und davon. Manch einer machte unterwegs noch Bekanntschaft mit den allgegenwärtigen Mauern. Rast konnte dieses anstrengende Rennen schlussendlich auch gewinnen. Im Sonntagsrennen startete er von der Pole Position aus. Es sollte kein einfaches Rennen werden. Obwohl das Rennen zum Wet Race erklärt wurde, starteten alle 22 Fahrer mit profillosen Slickreifen. Wenn manch einer bei solch schwierigen Bedingungen auch noch mit ungewöhnlichen Problemen konfrontiert wird, dann kann das ganz schnell in einem Dreher enden. Im Porsche von Michael Christensen machte sich plötzlich der Innenspiegel selbstständig. Wer glaubte, dass es bei so schwierigen Streckenverhältnissen in der ersten Kehre wieder krachen wird, sah sich getäuscht. Die 22 Carrera Cup-Piloten haben aus dem Samstag anscheinend gelernt. Niki Thiem drehte sich eingangs der Start- und Zielgeraden wie ein Brummkreisel und einige Konkurrenten konnten nur noch in der allerletzten Sekunde ausweichen. Während die Strecke immer weiter abtrocknete, wurde ab Platz 2 kräftig um die Positionen gekämpft. René Rast hatte damit nichts am Hut, er fuhr wieder einmal allen auf und davon. Mit beiden Siegen in Nürnberg auf dem Norisring hat zu Saison-Halbzeit René Rast auch die Tabellenführung übernommen. Vom einzigen Startkurs aus geht es jetzt in die Eifel mit ihren berüchtigten Wetter-Kapriolen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF für funk, 2017